Hey, hier ist Jon von Blusa Studio und das letzte Video war sehr kompliziert. Deshalb mache ich heute ein ganz einfaches Video, bei dem du gar keine Vorkenntnisse benötigst. Es ist nämlich mal wieder Zeit für ein Hashtag-Wahr-Hashtag-Falsch-Video. Wenn du neu auf dem Kanal bist und noch nicht weißt, was ein Hashtag-Wahr-Hashtag-Falsch-Video ist, erkläre ich es dir gerne. Ich erzähle dir heute eine Behauptung, eine Hintergrundstory, ein Nice-to-Know oder ein Mythos aus der Audio-Welt. Du darfst dann raten, ob das Ganze wirklich wahr ist oder ob ich dich angelogen habe. Vielleicht sind das Ganze aber auch nur Fake News oder alternative Wahrheiten. Wer weiß das schon? Du brauchst dann die Antwort nicht zu googeln, sondern einfach nur den Kanal abonnieren, denn morgen kommt ein weiteres Video mit der Auflösung. Während meines Urlaubs habe ich mich ein bisschen mit einer Studie auseinandergesetzt, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen behandelt. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt die offensichtlichen Geschlechtsmerkmale. Auch wenn Biologie nicht unbedingt mein Fachgebiet ist, sind mir diese doch klar. Nein, ich meine die Genetik und die Veranlagung. In den letzten Jahren wurde in den Medien so viel über Sexismus, Frauenquote, Feminismus etc. diskutiert, dass ich mich genötigt fühlte, mich ein bisschen mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Mich hat nämlich die Frage beschäftigt, ob Männer und Frauen bis auf die offensichtlichen Unterschiede in ihren Fähigkeiten und Veranlagungen grundsätzlich gleich sind. Wenn man sich ein bisschen mit der Thematik befasst, wird einem sehr schnell klar, dass die meisten Vorurteile und Stereotypen natürlich totaler Quatsch und Unsinn sind. Andere hingegen beruhen zumindest auf genetische Grundlagen und es steckt also somit ein Fünkchen Wahrheit dahinter. Bevor ich jetzt irgendwelche Hater-Kommentare von selbsternannten Gleichstellungsbeauftragten bekomme, möchte ich gleich klarstellen, dass das hier kein Video ist wie Frauen können besser kochen und Männer sind die besseren Autofahrer oder sowas. Das ist natürlich totaler Quatsch und Unsinn. Allerdings beruhen diese Vorurteile manchmal auf genetische Grundlage, die dem jeweiligen Geschlecht in verschiedenen Situationen Vor- und Nachteile verschaffen. Zum Beispiel kennt jeder Schüler, der in Deutschland Sportunterricht hatte, die Differenzen bei den Anforderungsprofilen zwischen Jungen und Mädchen. Noch heute müssen Jungs bei den Bundesjugendspielen bessere Realleistungen bringen, um die gleiche Punktzahl wie Mädchen zu bekommen. Dies wird mit dem genetisch bedingten unterschiedlichen Körperbau begründet. Männer haben hier also einen gewissen Vorteil gegenüber Frauen. Was nicht heißt, dass jeder Mann besser im Sport ist als Frauen. Das beste Beispiel bin ich. Wenn ich hier nachher die Treppe hochgehe, bin ich schon am Ende meiner sportlichen Leistung. Genauso haben Frauen grundsätzlich einen kleinen genetischen Vorteil gegenüber Männer in der Feinmotorik. Nicht umsonst sind Mädchen im Grundschulalter prozentual gesehen wesentlich besser in Basteln und Schreiben als die meisten Jungs, die eine Jungenschrift haben. Das waren jetzt nur zwei Beispiele von genetischen Fähigkeiten. Natürlich gibt es überall Ausnahmen und auch ein genetischer Nachteil kann mit viel Übung ausgeglichen werden. Dann muss man noch bedenken, dass nicht jeder Mann genetisch ein Mann ist und nicht jede Frau genetisch eine Frau. Ich meine damit jetzt gar nicht die Transgender. Ich denke dabei eher an Turner-Syndrom und AIS, also Androgen-Intensivitäts-Syndrom. Je nachdem in welcher Phase der Schwangerschaft der heranwachsende Mensch halt welche Hormone zugeführt bekommt. Aber nun zu der heutigen Behauptung. Wie du vielleicht weißt, sind die meisten Tontechniker männlich. Das liegt daran, dass wir Männer einen kleinen genetischen Vorteil haben und besser hören bzw. auch Feinheiten besser wahrnehmen können. Deshalb hören Jungs oder Männer Musik mit anderen Ohren und nehmen Feinheiten intensiver wahr. Sie interessieren sich deshalb schneller und häufiger für die Tontechnik. Jetzt bist du gefragt. Ist es wirklich wahr, dass genetisch bedingt Männer besser hören als Frauen? Oder ist das Ganze frei erfunden? Schreibe mir Hashtag wahr in die Kommentare, wenn du mir glaubst. Oder eben Hashtag falsch, wenn du denkst, dass ich dich angeflunkert habe. Du brauchst auch nicht zu googeln, denn die Antwort gibt es morgen hier auf diesem Kanal in einem weiteren Video. Deshalb mach es gut. Bis dahin. Tschöö. 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 Bis zum nächsten Mal.